Ihr wolltet schon immer mal in Wien Straßenbahn fahren, habt allerdings nicht das nötige Kleingeld dazu. Vielleicht ist ja Tramsim genau die Simulation, auf die ihr gewartet habt. Das erfahrt ihr jetzt hier in unserem Test. Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's in der Bio und begrüße euch zu unserem ersten Test-Video hier auf dem Kanal. VioApp hat am 30.10.2020 seinen neuen Straßenbahn-Simulator Tramsim veröffentlicht. Auf Steam und Aerosoft kostet der Simulator 34,99 Euro und wurde mit der Unreal Engine entwickelt. In Kooperation mit der Wiener Verkehrsgesellschaft bringt VioApp den ersten Wiener Straßenbahn-Simulator auf dem PC. Wer schon immer mal in Wien Straßenbahn fahren wollte mit all den Problemen, die ein Straßenbahnfahrer hat, könnt ihr dies nun selbst erfahren. Überall die Autofahrer, Fahrgäste, die ein- und aussteigen und ab und zu auch einfach mal in der Tür stehen bleiben. Bis hin zum Zeitdruck, denn ihr wollt ja pünktlich sein. Ganze 50 Minuten ist die komplette Linie 1 von Stefan-Fahninger-Platz bis Prater-Hauptallee. Abseits davon kann man sich noch ein wenig an seinen Skills arbeiten in den Tram-Challenge. Davon sind in der aktuellen Fassung drei Stück drin. Der Blitzer, wo ihr euch blitzen lassen müsst bei einem bestimmten Tempo. Perfekter Halt, wo ihr perfekt an der Haltestelle halten müsst. Bis hin zum Bremsverhalten der Straßenbahn. Weitere Challenges sollen noch kommen, unter anderem das heißbegehrte Tram-Bowling. VR-Support wurde angekündigt, aber dieses scheint in der Release-Fassung noch nicht enthalten zu sein. Häuser wurden mit der eigenen Software-Fotofassade erstellt und wirken sehr realistisch. Die Menschen bewegen sich nun auch, der Verkehr rollt. Die Sonne scheint, aber wer es lieber dunkel mag, kann auch abends wien unsicher machen. Und jetzt beginnt das eigentliche Problem mit Tram-Sim. Noch in der Preview-Fassung sah Tram-Sim mega schick aus. Mit all dem Schatten, Kantenglättung und zeigte, dass die Unreal-Engine dafür gemacht wurde. In der Release-Fassung allerdings fehlten diese Features komplett. Aktuell sind keine Schatten vorhanden, auch die Kantenglättung scheinen voll in zu fehlen. Und wenn wir schon beim Fehlen sind, wurde auch in den Optionen deutlich aufgeräumt. So können wir nur noch die Grafik und Gameplay einstellen. Sound-Option oder Spielsteuerung sucht man hier auch vergebens. Suchen muss man auch die KI-Bahn. Uns sind lediglich ein bis zwei Bahnen entgegenkommen und wirkt dadurch wie leergefegt. An manchen Plätzen fahren teilweise keine Autos. Eine Hauptstadt, so leer zu sehen, erinnert an schlimme Tage. Fahrgäste sprechen nicht, obwohl eine Stimme existiert. Doch wurden wir stutzig, dass eine Frau eine Männerstimme hatte. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Autos haben keine Fahrgeräusche, auch haben viele Punkte im FlexCity, die man nicht bedienen konnte. So unter anderem das Sonnenrollo oder das Fenster. Das Ibis kann man nicht selber einstellen, sondern dies übernimmt das Spiel. Außer bitte nicht einsteigen oder Sonderzug, habt ihr keine Möglichkeit, die Matrix zu bedienen. Menschen, die durch die Gegend schwimmen oder blitzschnell von A nach B rennen, kamen uns auch öfters vor. Zu guter Letzt der fehlende Multiplayer. Wir konnten nicht ganz nachvollziehen, warum dies nicht schon von Anfang an geplant war. Damit hätte man aktuell anderen Simulationen den gleichen Bereich, eine gleiche Angriffsfläche bieten können. Nur so verbleibt Drumsum aktuell als Singleplayer-Spiel, welches für 35 Euro verkauft wird, ohne Multiplayer und vielen Bugs. Können wir nur hoffen, dass in der Zukunft per Update das Spielgefühl von Drumsum immer weiter wächst und fehlende Futures nachgereicht werden. An wen richtet sich die Simulation? Nun, da hier kein Map-Editor oder ähnliches beiliegt, ist Drumsum aktuell an die jüngere Generation gerichtet, die wissen wollen, wie es sich anfühlt, Drumsum-Fahrer zu sein. Jemand, der es realistischer mag oder eventuell selbst was kreieren will, der kommt um Lotus nicht vorbei. Auch diese hat viele Nachteile, aber dazu mehr, wenn diese irgendwann mal fertig ist. Bewertet gerne das Video und teilt es und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr solche Tests in Zukunft immer haben wollt, dann nutzt die Kommentarfunktion. Hiermit verabschiede ich mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart für dieses kleine Testvideo und verabschiede mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017